An dieser einen Stelle uns danach nicht besser wurde, nicht mal eine Sekunde schöner wurde. Das Spiel blieb so und es wurde niemals gerechter. Kai so das gerecht ist. Oh nein, an dieser einen Stelle hat er tatsächlich so lang gehangen und ich kann ihn voll und ganz verstehen. Er hat mein vollstes Mitgefühl. Shit! Boah, ich habe mir gestern erst mal die Hucke so voll gehauen und denke ich, ich kann es vielleicht noch. Ja, ich denke sogar, dass viele trinken nichts gebracht. Ich bin immer noch so scheiße von dem Mario-Hex drauf. Geht das überhaupt? Ist das überhaupt chronologisch in der Mythologie von Cäsar und Athen möglich? Fuck! Und glaubt mir, das scrollt echt gleich so schnell wie bei Pits of Death. Das müsst ihr euch echt mal reinziehen. Das ist ein Hack. Der ist nur mit Two-Assisted-Speed-Run spielbar. Ansonsten kann man ihn... Wieso hat das vorhin so gut geklappt beim ersten und zweiten Anlauf? Das gibt's doch nicht. Hallo und willkommen zurück. Oh Gott, ja, ich will nicht lang reden. Ich habe das Level... Nein, das will ich nicht. Das muss ich verhindern. Auf keinen Fall die... Ja! So muss das aussehen. Die Hälfte darf ich nicht bekommen, weil ich dadurch groß werde und das groß... Kann ich denn eigentlich so hoch? Nee, kann man echt nicht. Man braucht wirklich diesen Block da. Schon zu viel Zeit vergeudet, glaub ich. Hier zählt wirklich jede Nanosekunde sollte hier eigentlich zählen, oder? Oh Gott, ist das scheiße. Ich will mich einfach runterfallen lassen. Wie wär's denn damit? Ah, so geht's. Nein, oh. Wieso hält der sich fest? Das will ich nicht. Ich will das nicht. Oh. Hey, das ist doch immer so ein Zufallsprinzip, oder? Reicht aber auch zeitlich nicht mehr, glaub ich. Nee, reicht nicht mehr. Oh, das streißt sich! Nein! Nein! Nein, ich schaff's doch schon! Reicht das überhaupt noch zeitlich? Ich kann's gar nicht ausmachen. Reicht das noch? Oder hab ich schon eine Nanosekunde zu viel verbraucht? Hab ich schon eine Nanosekunde zu viel weg? Oh! Oh! Tut mir leid, Leute. Zu viel, zu lange gebaut. Das muss sofort, ohne wirklichen Reaktionsumschwung, mit viel gespringen gehen. Boah! Versafestated. 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 Okay, nochmal neu. Ist das ein Horsefuck? Ja, okay, nochmal neu. Vielleicht ist es mal auch mit ein bisschen mehr Reaktionszeit drin, ne? Warte. Warte. Ah! Ah, 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 hab ihn umgebracht! Mann! Das ist doch nicht wahr! Immer dann! In solchen typischen Momenten des Lebens passiert, dass ein Mario eine Ranke runterfällt. Heilige! Och, Mann! Ich verzweifle hier echt. Oh, Mann! Ne, ich will Gott als Hilfe. Bitte, ich bin Ivan. Bitte, hilf mir doch, die Welt zu verändern. Mann, hilf mir, du blöder Bastard! Komm, Gott, du weißt doch... Gott hat das Spiel in... Gott hat World of Warcraft zweimal durchgespielt jetzt! Mann! Meine Fresse, ist das ein... Graus, ist das ein Dreck. Und noch mal neu. Meine Güte, ich versafestate mich einfach viel zu stark. Undauernd. Oh Gott, wie soll das klappen? Oh Gott, 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 warum ist das so schwer? Warum ist das so schwer? Nein! Der Sprenger zwackt mal nicht! Oh, oh, ja, ja! Oh Gott, ich weiß schon, was ich hier machen muss. Nein! Nein! Oh nein! Wieso ist das ein Coinblock? Oh Mann! Ohhohohohohoh! Das ist krank! Nein! Nein! Oh fuck! Fuck! Morve, ich hab Unterzucker! Ganz harte, ey! Oh, guter Lock! Gehst du weiter?! Okay, das war jetzt da nicht so günstig! Das war gar nicht günstig! Nein, ich verkack den Zweiten immer! Nein, zu spät! Nein, das war ein falscher Sprung! Oh, oh, oh! Ich liebe dieses ganze Wester doch! Ich werd verhackt durch dieses Vierchen! Oh, und? Und? Unterzucker! Flieg und Sieg! Ach! 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 Es kann sich nur noch um Stunden handeln, Leute! Aber ich hoffe, das könnt ihr... Könnt ihr mir verzeihen! Wenn ich mich jetzt einmal versafestate, dann war's das nämlich auch! Dann kann ich mich erschießen! Ich glaub nämlich, danach kam dann nur noch das mit den 1000 Worms da auf dich runterkommen! Und du musst dann auch rechtzeitig in die Röhre rein! Ja, da war's. Das war's. Das war's, das ist nämlich auch schon mit dem Level! Das, das ist... Das Schlimmste ist das hier, denke ich! Das ist ein ganz schwerer Teil des Spiels. Oh! Oh Gott! Oh Gott! Ich werde es auf jeden Fall auch deutlich cutten hier! Weil so viel Zeug, so viel Schlechtes... Das ist schlecht und versafestated und alles von neu. Musik Manche Dinge machst du besser zu Hause, zum Beispiel quatschen, labern, lästern oder auch singen, solange du willst. Sogar auf jedes Handy. Das neue O2 DSL. O2 can do. Ich muss, glaube ich, dann nochmal springen können. Irgendeiner Weise. Dafür ist das Ding aber gerade zu schnell. Oh. Nein. Nein. Was ist denn? Wir sind über keinen Block da. Mo-Moni. Alle lieben Mo-Moni. Ich muss dann nochmal springen irgendwie. Oder wie soll das sonst gehen? Oh mein Gott. Ich stelle mich nie mal so blöd an, mein Freak-Gamer. Dieser eine Vorsprung da, an dem ich dann immer hängen bleibe. Warte, den seht ihr auch gleich. Den werdet ihr euch mal gerade... Oh, bitte. Bitte. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich bin ein Spir-Gamer. Mann. Ich bin ein Spir-Gamer. Ah, hi-hi-hi. Nein. Nein. Oh, Mann. Denkst du, Spir-Gamer? Schmack-Gamer? Nee. Das darf diese Stelle. Da darf diese Stelle. Ich komm da nicht drüber. Ich, ich... Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Man kann ihn nicht mehr springen oder so kurz davor. Das ist doch unmöglich. Okay. Ich spring rüber und... Verdammt. Ich kann's nicht mehr sehen. Oh... 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 Ey, das ist doch... Oh... 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 Bitte, Leute. Hat irgendwer ein Safe-State, wo er genau danach wieder einsetzt. irgendwer. Den soll er mir bitte per E-Mail schicken. Bitte. Ich krieg's hier nicht hin. Ernsthaft. Ich kann's nicht. Ich sehe keine Möglichkeit, hier weiterzukommen. Ich glaube aber... Nein. Nein. Ach man. Wie soll ich danach springen? Es gibt... Da kann man nicht mehr springen. Es ist unmöglich. Moment mal. Ja, aber das spring ich doch dann eher gegen die Ranken da. Das spring ich dann um gegen die Manchas. Natürlich, das springt man dann um. Ey, das springt man um gegen die Manchas. Ach, wisst ihr. Ach, wisst ihr. Ich geh jetzt auf. Ich hab die Schüssel. Schüssig. Okay, Leute. Okay, Leute. Oh, wei. Oh, wei. Oh, wei. Oh, wei. Ich hab's grad mal probiert mit Slowdowns. Und es scheint so auf jeden Fall für mich machbar zu sein. Es lief sogar recht gut. Also es lief ohne Scheiß. Es lief echt. Okay, aber so läuft's schon mal nicht. Okay, Leute. Es steht fest. Es steht fest. Es geht so nicht. Stellen wir den Emulator Speed mal auf. Um's dreifach runter. Wenn... Gar nichts geht! Gar nichts geht! Wow! 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 Ah, okay. Ah, okay. Okay heißt... Okay heißt, ich soll nicht bremsen, sondern springen. Springen. Und stopp. Und jetzt sofort springen. Das war... Ich hab's ja vorhin noch gesehen. Ich hab's vorhin geschafft. Ich hab's vorhin geschafft. Ich hab's vorhin... Ich hab's vorhin... Ich hab's vorhin... Ernsthaft geschafft. Ernsthaft geschafft. Ja! Ja! Jetzt kommt aber erst... Jetzt kommt aber erst das Schönste in meinen Augen. Ich zeig mal, was passiert, während da hingeht. Und? Tot! Tot! Ja! Ja! Oh! Oh! Da! Leute, tut mir leid. Also... Für mich gab es da keine andere Lösung mehr. Kann ich da nicht zwischen? Kann ich da nicht zwischen? Warte. Genau dazwischen! Genau dazwischen! Ich hab' ich hab' Bock, das zu probieren. Ja! 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 Wuuu! Ja! 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 Mann! Okay, oh, oh, what? Oh mein Gott! Oh, war er voll, der Slowdown? Oh, oh. Oh f- Wer ist daran am rumkrackel? Du krallende Scheine! Oh, what da? Oh, shit, mach schneller, Mario! Oh, nein! Krack für das Au! Mario! oh nein ich sag mal der schmau ne oh verdammt warum ist der zu hammern ist die scheiße und jetzt machen wir steh weiter oh und runter oh 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 mein gott oh mein gott aber alle müssen nur die monika schuld und an all die die anderen fragen wer ist monika monika ist eine person auf die ich alle schieben muss er ist so ein einheitsname die ist an allem schuld die ist sogar an der schuld dass damals der president geworden ist ah Hitler nein ja was der verfolgt mich oh nein oh oh ich dachte wenn ich wieder ein zweiter daraus machen müsste monika oh oh keine chance oh mein gott oh oh mein gott oh mein gott wie geht der oh wie geht der oh gott oh gott oh gott oh gott wie geht denn der jetzt oh gott oh gott oh 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 Oh, mein Gott, hier. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Leute, ist das möglich? Leute, das ist doch gar nicht möglich. Leute, das ist doch gar nicht möglich. Okay, wir machen... Okay, wir machen... Ich cheate. Oder ich mache Bug-Abuse, falls ich da jetzt auch nochmal runterkomme, lebend. Klappt tatsächlich. Klappt tatsächlich. Okay, und? Okay, und? 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 Ist da unten? Ist da unten? Okay, ist da unten? Okay, ist da unten? Oh, warum? Oh, warum? Was hat er noch nicht diesmal ernsthaft gesichert, oder? Yes! Ich ahne aber was. Was sehr Böses. Ich ahne was. Wir werden nicht mehr hochkommen. Doch. Oh Gott, selbst hier kommt noch mal eine Scheiße. Oh, da bin ich tot. Oh, da bin ich tot. Oh. Haha. Haha. Warte mal. Oh, Morni. Was werden hier noch gewesen? Was werden hier noch gewesen? Oh, nicht viel. Oh, nicht viel. Nein, Leute, ihr war nicht viel. Eins. Oh mein Gott, ich hasse unter Wasserleveln. Das weiß ich jetzt auf jeden Fall. Oh, Morni. Oh, Morni. Oh, Morni. Oh, Morni. Oh, Morni ist schon wie großzügig. Okay, Morni. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Bis zum nächsten Mal, Kinder. Neues aus der Familienmolkerei Ehrmann. So, jetzt wird's Winter. Na, endlich. Endlich wieder da. Die neuen Almigurt-Wintersorten von Ehrmann. Keiner macht mich mehr an. Yo, hallo. Yo, hallo. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Kaiser Mario. Mit das Möko. Gut, also. Wir haben in der letzten Folge diese tollen Unterwasserleveln gemacht. Den Stern, also das Secret Exit, werden wir uns erst später holen. Weil viele meinten, das werde ich sowieso nicht schaffen. Gucken wir erst mal hier. Oh, da hat unser Spieler vielleicht ja mitgedacht. Laut. Okay. Wir, wir spielen nochmal das hier und. Boah. Ne, also da hat wieder, unser Japser hat da wieder ganz tolle Ideen gehabt für seine Kinder zu Hause. Die er mal so richtig quälen wollte, weil sie in der Schule wieder eine Sechs nach Hause gebracht haben. Heilige. Ich verstehe nicht, welcher Mensch sich sowas ausdenkt. Ehrlich. Oh Gott. Was ist das für ein Menschenhasser? Ehrlich. Das ist doch krank. Verdammt. Okay, damit. Ah, Mann. Brunica. Jetzt. Nein. Oh, Mann. Das ist doch schlimm. Oh, Mann. Wieso? Verdammt. Verdammt. Was ist das für eine Treuheit? Was ist das für eine Treuheit? Ich finde den lustig. Oh, ja, da konnte ich ja auch so super abhauen. Alles klar, Jim. Oh, mein Gott. Yeah. Uhu. Oh, Gott sprach, mein Sohn. Du wirst Großes verbracht haben. Bitte kack dir nicht in die Underbox. Madridische wieder. Oh, scheiße. Oh, Mann. Ist das blöd. Boah, ich hasse. Die ist leveliert schon. So, ja. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, yeah. Also, ich hab immer früher mich immer gewundert, sag mal, warum stellen sich den als Player eigentlich so bei diesen Wolkenleveln so an, aber jetzt werden das einmal selber spielt, dann weiß man auch, wie schwer das eigentlich ist. Weil diese Wolken, ich denke mit, sie haben ein eigenes Gehirn. Oh, Monika. Oh, Monika. Oh, Monika. Oh, Monika. Oh, Monika. Alles klar, bis gleich. Alles klar, bis gleich. Monika. Alles klar, bis gleich. Monika. So, hurra. Und da sind wir wieder. Ja. Und wie vorhin superprofessionell geht's jetzt auch superprofessionell weiter. Warum mache ich hier so? So. Was sagt das? Yeah. Was sagt das? Hm. H. Pfeil nach links. Äh. Gänsefüßchen. Gänsefüßchen. C. T. V. I. Ähm. Ja. Oh, Japsa. Oh, Japsa. Monika. What is it? What is that? What is that schon wieder? Oh. Oh, mein Gott. Das ist doch wieder perfekt für mich gemacht. Das hat die schon in Morinia. Das ist doch mal mit Mann spielen. Oh. Okay. Oh, Mann. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Yeah. Oh, Gott. Oh, Mann. Ich bin zu doof. Oh, Mann. Ich bin zu doof. Monika, hol mir mal ein Wissensbuch. Oh, Mann. Oh, Mann. Was ist das denn für ne Wichse? Oh, das wollte ja gar nicht sein. Das ist so ein typischer Dark-Walker-Spruch. What the fuck? Oh, Mann. Das hätte doch fast schon wieder geklappt. Oh, Mann. Das hätte doch fast schon wieder geklappt. Wäre da jetzt nicht der Mannschein im Weg gewesen, hätte es geklappt. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ja. Das ist doch perfekt. Ja. Nein. Nein. Was zum. Was zum. Was zum. Was zum Teufel. Was zum Teufel. Was zum Teufel. Ich glaube, ihr habt mich jetzt schon wieder versafestated, wenn mich nicht alles teufelt. Oh. Mein Gott. Oh. Mein Gott. Das kann doch nicht so schwer sein, Monika. Das kann doch nicht so schwer sein, Monika. Das kann doch nicht so schwer sein, Monika. Oh, mach mal was richtig, du Putzfrau. Oh. Meini Hütte. Er hat versafestated. Versafestated. Oh, nicht. Oh, kann er zurück. Oh, nicht. Oh, nicht. Oh, ah, oh, oh. Haha. Yeah. Ihr start mal wieder homen, Mann. Oh, Mann. Ist das toll. Ich hab davon geträumt in all den Tagen, in dem ich meine Elfrau liebte. Gelegt habe. Gelegt habe. Ui. Oh Gott. Verdammt nochmal hier. Heilig. Oh mein Gott. Mario, mach mal was richtig. Mario, mach mal was richtig. Geht doch. Ah, ah, ah. Ohne. Ohne. Monika. Oh, man. Oh, man, oh, man. Oh, man, oh, man. Herbert. Oh, schluss. Oh, Mann. Nein. Oh, Mann. Oh. Hätte schon fast geklappt. Habe schon mal rein, ja. Oh, Mann, du. Ist das schlimm. Ist das schlimm, ey. Das ist doch nicht normal. Das macht mich kaputt, hey. Boah, Hitler mochte das Spiel. Hitler mochte Kaizo. Boah, Hitler mochte das Spiel. Hitler mochte Kaizo. Oh mein Gott. Was ist hier dran bitte so schwer? An dieser verfickten Stelle. Oh. Die ist nicht Mirko-like. Echt nicht. Diese Stelle ist... Frank Derlinger-like. Die ist Frank Derlinger-like. Die ist... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, ho, ho. Perfekt. Oh, ja. Ich will auch eine Wiese geil spielen. Ich will mal wieder was Einfaches. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, ich hab die Schnitz vorher. Oh, ich hab die Schnitz vorher. Echt ohne Scheiß. Jetzt kommen wir ab dem Kölsch zu fluchen. Und jetzt spätestens da bin ich wieder kurz davor. Ein Nervenzusammenbruch zu bekommen, dass ich immer schlag. Das ist schon wieder auf der Safe-State. Das ist schon wieder. Das ist schon wieder, ne? Gott, Mann. Gott, verdammte Kackabau. Gott, verdammte Kackabau. Kann man nicht zu schwer sind. Kann man nicht zu schwer sind. Verdammte Scheiße, hey. Mann. Ich brauche eine Wurst. Ich brauche eine Wurst. Wurste, da, Mann. Mann, wartet mal kurz. Wartet. Mann, wartet mal kurz. Wartet. Ich hab die Schnurze voll. Oh, Mann. Das war... Irgendwie macht es das Lowdown null leichter. Irgendwie macht es das Lowdown null leichter irgendwie. Ich will gucken, ob es überhaupt noch möglich ist. Also... Ich will gucken, ob es überhaupt noch möglich ist. Also... Aber ob ich mich da schon längst wieder versafestatet hab. Ich glaub nämlich, hab mich schon längst wieder versafestatet. Ich glaub nämlich, hab mich schon längst wieder versafestatet. Oh ja, es geht glaub ich noch. Oh ja, es geht glaub ich noch. Es geht noch. Ich kann's gar nicht abschätzen. Na, oder? Ich... Ich kann's gar nicht abschätzen, ob es geht oder nicht. Ob es geht oder nicht. Oh Mann, ist das ein Dreck! Oh Mann, ist das ein Dreck! Boah, du scheiß Dreck Japaner, ey! Boah, ich würde echt zu gern mal den Typen kennenlernen, der dieses Spiel entwickelt hat. Der müsste doch echt mal auf so einer... auf einer Gamescom irgendwie einen eigenen Stand kriegen, wo er damit Tomaten beworfen werden kann. Mit Reißbällchen. So. Boah, das Spiel hat Frank-Derninger Qualität! Meine Güte! Boah, das Spiel hat Frank-Derninger Qualität! Meine Güte! Ja! Nein! Ja! Nein! Nein! Oh Mann! Oh mein Gott, ich würde ja Gertsch mal umstellen. Oh mein Gott, ich würde ja Gertsch mal umstellen. Okay, ich will doch mal den aufstellen. Was ist dat dann? Was ist dat dann? Oh Gott. Was ist dat dann? Oh mein Gott. Neues aus der Familienmolkerei Ehrmann. Neues aus der Familienmolkerei Ehrmann. So, jetzt wird's Winter. Na, endlich. Endlich wieder da. Die neuen Almigurt-Wintersorten von Ehrmann. Keiner macht mich mehr an. Schon wieder versafestated, schon längst wieder. Schon wieder versafestated, schon längst wieder. Habt ihr mit was anderem gerechnet, Leute? Habt ihr mit was anderem gerechnet, Leute? Ganz ernsthaft, als dass ich mich hier versafestate. Niemals, oder? Das ist Mirko, Mirko in Wonderland. So, ich... Oh, ich krieg die Kotze hier, ne? Oh, ich krieg die Kotze hier, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie soll das denn gehen? Wie soll das denn gehen? Warte, so? Ne, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Warte, so? Ne, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Oh, du verdammter Japaner! Oh, du verdammter Japaner! Oh, du verdammter Japaner! Ich hab' mich schon so... Oh, das ist viel zu schnell! Oh, Mensch, der ist zu schnell für mich! Oh, Moni! Boah, das ist zu schnell! Ohne Wichs, äh, ohne Scheiß jetzt! Boah, mein... Boah! Boah, mein... Oh, ja! Ja-pana! Oh, ja! Ja-pana! Ja-pana! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Mein Gott! Mein Gott! Oh, verdammt, ich kann doch grad nicht viel sagen, weil ich einfach... ... ... ... ... Okay, okay, Moment! Okay, Moment, Pass-Sicherheit-Safe-States machen. So, und weiter geht's. So, und weiter geht's. Das muss sauschnell gehen. Okay, das muss sauschnell gehen. So ungefähr. Und dann wieder... WAS?! Nochmal. Nochmal. Oh mein Gott! Was ist das nur für ne Wichse, das ist doch nicht normal, ey. Ach, Moni. Hol da Bierfass, ich brauch was zum Frustsuffe, ey. Scheiß die Wand an. Ja, ey. Wieso doch denn sonst gehen? Muss ich jetzt einfach von der Seite ran? Wieso doch denn sonst gehen? Muss ich jetzt einfach von der Seite ran? WAS?! Das ist doch geschwindigkeitsmäßig gar nicht möglich. Ey, das ist doch geschwindigkeitsmäßig gar nicht möglich. Nein. Oh. Ich hab die Schnauze voll. Ich hab die Schnauze voll. Ich hab so die Schnauze voll. Ich hab so die Schnauze voll. Hoi. Hurra. Puh-puh-puff. Hoi. Hurra. Puh-puh-puff. Das ist mir jetzt gleich. Das ist mir jetzt gleich. Das ist mir jetzt gleich. Fleisch. Moni. Jetzt hier die Post. Affe. Moni, ich sag dir jetzt geht die Post. Ah. Das muss ich schneller. So. Jede Sekunde zählt hier. Jede Sekunde zählt hier. Genau. Genau diese Sekunde vergeudig natürlich schon aufs Schöne. Oh Mann Oh Mann Boah, ich geh kaputt hier, ne Oh Mann Oh Mann Diesmal nicht Diesmal nicht Okay Diesmal nicht Okay Diesmal nicht Du Scheiß Game, echt Woher kenne ich diese Szene Woher kenne ich diese Szene War es echt so, so schlau War es echt so, so schlau Das Problem war ich, was ich jetzt nicht weiß, es muss ich jetzt groß bleiben oder nicht Es muss einen Grund haben, weil die tun nicht ohne Grund eine Hälfte hier hin Äh, ein Midwaypoint Das machen die nicht ohne Grund, die Japaner Äh, der Spielersteller meine ich Oh verdammt Verdammt Oh verdammt 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 Ach du Scheiße Meine Güte Gott Gott Oh verdammt Oh verdammt Leute, rüge ich mich auf Nein, ich reg mich doch nicht auf Leute, rüge ich mich auf Nein, ich reg mich doch nicht auf Niemals Rüge ich mich über die Scheiße auf Hab ich mich jemals über dieses Drecksspiel aufgeregt Hab ich mich jemals über dieses Drecksspiel aufgeregt Dann euch aber Ninja Guiden Und dann euch mal Wanna Be The Guy Aber dann nicht mal so eine Scheiße Auf so einem Niveau bin ich doch nicht Auf so einem Niveau bin ich doch nicht Ich glaub ich muss groß bleiben, ansonsten wird das hier keinen Sinn machen mit dem Midwaypoint Äh, also Ich kann's mir nicht anders erklären Ich glaub ich Oh 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 Mann Oh okay Leute, ich mach Wommen, Alter Oh Mann Oh okay Leute, ich mach Wommen, Alter Ich Nee, hab da keinen Nerv für Also das Geht einfach grad nicht mehr Also Ich seh ja, dass es machbar ist, aber Ich Ich seh ja, dass es machbar ist, aber Ich Hab für heute wieder gelungen, Kaiser Mario Ernsthaft Ich krieg da so einen Unterzuckeranfall bei dem Spiel Das ist doch nicht normal Also bisher war das Spiel ja sowas von putzig noch Aber das hier ist doch wirklich jetzt die Oberärte Das schlägt ja wirklich meilenweit rein Ja, bis morgen Ja, bis morgen Okay, Leute Und weiter jetzt Ui Okay, Leute Und weiter jetzt Ui Ah, das geht doch Oh Okay, Leute Oh Oh mein Gott, wir sind wieder direkt mitten im Geschehen Oh Gott, das sah gut aus Komm schon Oh Gott Das sieht böse aus Oh Gott Das sieht böse aus Komm schon Das hat doch Ah Oh Leute Ja, gerade falls im Hintergrund Gerade mein Fernseher hört Ich schaue gerade noch Schlag den Rad nebenbei Das ist Oh Das ist meine Herausforderung Ich spiele aber nicht gegen Raps Sondern gegen einen Japaner Der ein bisschen lange Weine hatte Ui 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 Oh Gott Oh Gott Oh Gott, Leute Das sieht gerade so gut aus Ernsthaft Ich Ich kriege Kinder Ich kriege ein Kind Oh Gott Yeah Also, ähm Wir spielen gerade wieder Kaiser Mario Wie gewohnt Oh Oh Das war nicht gut Das war versafestated Ganz böse Ganz böse Ganz böse Ja, das war es wieder Oh Okay Nein Nein, garantiert nicht nochmal von hier Das kannst du dir in die Haare wischen Komm schon Oh nein Das reicht nicht mehr Das reicht nicht mehr Scheiße Oh Scheiße Oh nein Okay, nochmal neu Oh nein Okay, nochmal neu Hurra Hurra Nein Hurra Okay, Leute Oh mein Gott Oh mein Gott Okay, Leute Oh mein Gott Oh mein Gott Bei dem Spiel kriege ich Kriege ich einen ganzen Zoo Äh, einen ganzen Kinderzoo Einen ganzen Streichelzoo kriege ich von dem Spiel so Erotisch und anregend finde ich dieses Game Oh mein Gott Oh mein Gott Er merkt gerade, er ist eh gerade Werbepause von daher Moin hier Warsteiner Oh fuck Yo warsteiner Oh, ich mag Hühner Oh, ich mag Hühner Fuck Fuck Boah, das ist so asozial, das Spiel ohne Scheiß Oh Also und vor allen Dingen danke an die Leute, die mir sagen Boah, der Typ, der hat ja so eine Ausdauer hier bei dem Spiel Eigentlich habe ich überhaupt keine Ausdauer Ich meine, ich reg mich auf Und das zeigt, das zeigt, dass man eigentlich überhaupt keine Ausdauer hat Das Adidax 3 Maxis Flash Balabumbum G Das Adidax 3 Maxis Flash Balabumbum G Mit 1100 Millionen Funktionen Kann sogar die Welt beherrschen Okay, ich werde jetzt ab 4 keinen Safe Save machen Oh Gott Ja Leute, wieder mitten in mir Schehen Das merkt man, mitten in mir Scheft Ich bin vorne wieder am Kackeli Nein, ich nehme kein Kallgon Oh, du Scheißwerbung Nein, ich nehme kein Kallgon Oh, du Scheißwerbung Oh mein Gott, ich kann gerade gar nicht viel sagen Ich muss mich hier voll konzentrieren Mit Kallgon wäre das nicht passiert Mit Kallgon wäre das nicht passiert Haha, der Sprung kam gerade wirklich im Fernsehen Mit Kallgon hätten sie das verhindern können Spielen sie auch gerade Kaiser Mario Sind sie voll im Arsch von dem Spiel? Tja, mit Kallgon wäre das nicht passiert Oh Gott Okay, okay, okay Oh Gott Ich habe wieder Brillen, schnell ausgesucht Ja, bei vielem Hand und ein von Dull Ich habe wieder Brillen, schnell ausgesucht Ja, bei vielem Hand und ein von Dull Meine Brille sieht an der Irrschen Kacke aus Ein Böbe-Gestellbesorgt Ja, ich kommentiere gerade Fernsehwerbung Während ich Kai so spiele Ich habe ja nichts besseres zu tun Oh Gott, ein D.O. mit Silbermolekülen Das muss ich haben Oh Gott, ein D.O. mit Silbermolekülen Das muss ich haben Das ist so toll Gebt Körpergeruch, keine Chance Würste Hermann Okay, Würste Hermann Ich habe mir diese Wurstchen gekauft Vom Stadt nebenan Und die schmeckt voll scheiße Dann bin ich zu meinem Kumpel Hermann gegangen Und der hat mir eine Wurst in die Hand gedrückt Und die war richtig gut Der hat so geschmeckt wie meine Frau am Abend Und da habe ich mir gedacht Warum habe ich nicht schon früher die Wurst von Hermann probiert Oh ja Und weiter rennen und Ah Weiter rennen und Ah, nein Weiter rennen und Ah Okay, Leute Diesmal klappt das garantiert Moni, Moni Okay Oh Warsteiner Ich hatte ja mein Skull hier Tjo Also viele meiner resten Hermann-Stimme extrem wie Wario trinken Haha, Mario It's me, Wario Mein Bruder, Wario Nein Mario war schon immer mein Erzfeind Er ist mein Cousin aus Leidenschaft Haha Wario Also sie klingt tatsächlich so Während es mal so genau absieht Haha Also sie hat schon eine gewisse Ähnlichkeit Muss ich gerade sagen Haha I'm from New York It's me, Wario I'm from New York In Amerika Ha Nein Nee Nee Ja Nee Hurra Es muss so 1A sein im Prinzip Oh Mann Das muss sofort gehen Es muss so 1A sein im Prinzip Oh Gott Oh Gott Man muss sie nur so leicht antippen glaube ich sogar Oh Gott Hoch dann in den Einer Oh Gott Also ich muss in den Vierer Hoch dann in den Einer Oh Gott Das wird knallhart glaube ich Oh Gott Ah ich frage Leute frage mich Mirko Warum tust du dir das Spiel an Weil ich es kann Naja Dementsprechend Was man unter Können versteht Okay Das würde zeitlich passen glaube ich sogar Was man unter